ARD Text im Auftrag von Funk Tschö. Oh, wo kommen Kinder her? Wo kommen Kinder her? Kinder? Ja, so wie du. Guck. Wir haben heute im Unterricht geredet. Und die meinten, Frau Wachholz meinte... Wer ist das? Lehrerin. Weil wir hatten im Unterricht, Frau Wachholz meinte, alle Eltern haben... Wir auch. Ich meinte, alle Eltern haben Kinder gemacht. Mit drei Buchstaben. Schö? Drei Buchstaben. Drei Buchstaben. Drei Buchstaben? Nein. Schö, drei Buchstaben. Drei Buchstaben. E. Das sind nur zwei Buchstaben. Nein. Ich meine... Drei Buchstaben. Ufo. Ene, drei Buchstaben. Was willst du mir? Schö. Ha? Schö, Alter. Was ist das? Schö, Alter. Was ist das? Was hast du nicht nochmal? Wo hast du das gehört? Guck mal, Frau Wachholz meinte, ihr hattet alle. Und ich meinte, nein, hatten wir nicht. Und sie meinte, doch, eure Eltern hatten... Deine hatten zwei Mama, Mohamed. Ich meinte, warum ich auf einmal zwei? Sie meinte wegen Mariam. Ich meinte, Mariam ist vier. Kannst du bitte aufhören, Frau Lehrer? Und danach meinte sie, okay, red mal weiter. Was passiert bei euch? Ich meinte, ja, so Storch. Und danach meinte sie, was für Storch. Und dann hat sie das Handy rausgeholt. Sie hat ein Video gemacht. Ich meinte, ja, Storch. Und danach, wir warten bis Ramadan wegen Hadsch. Und dann Storch kommt zurück von Hadsch. Hat siebenmal um Cover gemacht. Und dann bringt ein Baby. Und was ist jetzt verkehrt daran? Sie hat auf Instagram gestellt, Baba. Toll, okay, hat sie auf Instagram gesagt. Hey, Anni, ist gut angekommen? Ja, okay. Guck mal, Anni, ich hab auch geliked. Baba! Anni, ich weiß doch was. Was? Habe, was nochmal? Guck mal. Da noch, Mann. Mach das doch nicht nochmal, okay? Was ist das? Schon wohin? Sind wir hier? Ich will jetzt wirklich wissen, wo Kinder herkommen. Wolltest du wissen, ne? Dann frag deine Mutter. Mama ist sechs. Hab ich schon. Was haben sie gesagt? Sie hat gesagt, frag Baba. Ich hab aber auch Medien gefragt. Bevor ich dich frag, ich hab gefragt. Mariam. Deine Schwester. Ja. Sie ist vier. Ja. Du fragst deine vierjährige Schwester, wo du herkommst? Mit deinem Propellerhut? Ja, ich kann aber auch Björns Vater fragen. Björn? Dein Nachbar. Al-Mani? Ja. Der kriegt seine Hosen nicht hoch. Er steht immer da mit seinem Schlüpfer. Wir Muslime, wir haben Adab. Wir machen sowas nicht. Ich weiß. Adab. Ja. Okay, wir machen sowas wie das Wort benutzen wir nicht. Okay. Und wir machen Dua. Wir sagen Bismillah. Allahumma. Allah schenkt uns bitte intelligente, schöne, hübsche Kinder. Sie müssen Arzt werden, Jura studieren, Anwalt und Doktor gleichzeitig. Wir haben bei dir vergessen. Allahumma. Und dann raus. Wir warten. Bing. Ich habe eine Hausaufgabe. Drei. Ja. Jeder hat ein Organ gekriegt. Und ich so, was ist das? Sie so, das passt zu dir am besten, nimm das. Ich so, Frau Wachholz, was soll ich damit machen? Han fragt dein Vater, sie nimmt mich immer noch auf. Nein. Ja. 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 Ich weiß. Papa! Du willst wissen, was das ist? Hm? Ich erzähl dir das jetzt einmal, okay? Du gehst zu Marima und erzählst dir diese Geschichte, okay? Puh, okay. Du willst es wissen? Ja. Das ist ein Telefon. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Okay, so hältst du das, hier ist die Antenne. Hallo, hallo, assalamu alaikum. Mekka, ey, wir brauchen zwei, ein Baby erst mal. Ha? Neun Monate, kein Problem. Okay, telefonierst du, sagst du. Sagst du, bitte, Anwalt soll ich später sein. Anwalt! Und dann? Tschö, 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 machen sich auf den Weg. Storch. Und dann kommt dein Baby. Und dann kommt dein Baby. Und Bauch. Und der Schuh auf Bauch, fertig. Auf dem Fenster. Parken sie dort, stellen sie ab. Und du holst ab wie Amazon. Okay. Und was ist vaginale Penetration? Tschö, tschö, tschö. 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 Hat die auch so ein Aufklärungsgespräch? Keine Ahnung, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das ablief, das würde mich mal interessieren. Ansonsten geht das hier zu unserem letzten Video Gespräche, die Muslime nie haben. Hier geht's so auf Klo und was mit Frauenärzten, das ist doch von da und hier bitte Abo nicht vergessen. Hier. Da. Glocke drücken. Glocke drücken. Propellerhut. Bist du fünf oder was? Musik.